allöchen freunde und willkommen zum challenge vorankündigungsvideo für die nächste woche ich hätte gerne dieses mal dass ihr mir ein nutzfahrzeug baut das hatten wir nämlich bisher noch so überhaupt nicht was kann ein nutzfahrzeug sein es kann landwirtschaftliches nutzfahrzeug sein wie ein traktor oder ein mähdrescher oder keine ahnung irgendwas aus der forstwirtschaft forstwirtschaft so ein automatischer baum abschneider was könnte es noch sein mulden kipper bagger alles mögliche einfach nur baut mir ein wunderschönes nutzfahrzeug das ganze wie meistens nein diesmal nicht wir machen es bis freitag 18 uhr normalerweise hatte ich mal bis 19 uhr und wie immer unter meinen kommentar einsendung hashtag einsendung da als antwort drunter posten schon mal vielen dank und bis zum nächsten mal tschüssi